Gut, kann halt nicht sagen, dass ein Spiel bugfrei ist, das Super Meatball heißt, okay. Wow, nein, weil er nicht springen wollte, mal wieder. Bich hier durchrocknen. Ne, bich hier nicht durchrocknen, weil da diese scheiß Schleimis nerven halt. Das ist noch gar nichts, ey. Nachher gibt es fliegende Vogelfiecher oder fliegende Krokodile, ey, das ist unglaublich. Och, Mann. Will ich einen tollen Run haben? Passiert jetzt nicht. Boah, hallo. Springen. Yay. Wie ich hier durchkomme. Das Problem ist, jetzt muss ich warten. Jetzt nicht mehr. Ach, du Scheiße. Na toll, ey. Ey, diese Schleimis nerven, aber sowas von. Das ist nicht mehr schön. Ja, jetzt darf ich warten. Oh ja, geil. Einfach mal Hyperspeed oder was. Was war das denn schon wieder? Könntest du mal aufhören, mich einfach mal auf Hyperspeed zu boosten, ohne Grund? Oh, cool. Cool, er will wieder nicht springen. Oh, das ist auch so schön. Das ist so schön. Warum hat er jetzt abgebremst in der Luft? Willst du mich verarschen? Meatball, tu, was ich dir sage, sonst töte ich dich. Oh ja, genau, 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 genau. Ach, vergiss es doch. Äh, ich bring dich um, Meatball. Ich bring dich um. Okay, hier will ich aber die Replays sehen gleich. Nein, ja. Oh, und schon wieder in die Wand gepackt. Das war der Leck, von dem ich gesprochen habe. Den gibt es manchmal. Das ist so schön. Okay, warten. Oh, warten ist so dumm. Eigentlich ist das ja so ein Spiel, wo man... Och, meine Fresse, ey. Wo man nicht warten soll. Aber, was will man machen? Hier gibt es halt Level, wo man warten muss. Das ist dumm gemacht. Sehr dumm gemacht. Ah. Warten. Okay, jetzt ganz lange warten. Bam, okay, A+. Was müssen die vor... 25 Sekunden. Aber die Replays gucken wir uns an. Boah. Die Meatballs springen herum und sie sterben alle und so. Oh mein Gott, das Massaker. Dam, dam, dam. Nur einige schaffen es, aber... Dann schafft es doch nur einer. Okay. Die sind wieder farbig. Und da gibt es jetzt auch große. Aber die sehen süß aus irgendwie. Ach nee, die sehen zum Knüddeln aus. Ach du Scheiße. Ach du. A plus, A plus. Ha. Weiter geht's. Okay, das ist nicht schwer. What? Wie habe ich das denn gemacht? Oh, übel. Nein. Wie geht das denn? Okay, ist mir schleierhaft. Wie das jetzt gehen soll? Ah, geil. Das ist episch, wie ich das hier einfach mal ohne... Ha. Im richtigen Moment springen ist die Wiese. Naja, ist nicht schwer. Hey, wie kommt man da hin? Ich habe es eben nur durch irgendeinen Bug geschafft, glaube ich. Aha. So geht es auch nicht, irgendwie. Runter. Hoch. Runter. Nein. Oh Gott, ey. Das ist kein I wanna be the guy. Das ist ein I wanna be the meat. Also ne, ist es auch nicht, weil... Ein I wanna be the guy, wenn man stehen bleibt, bleibt man auch stehen. Hier läuft man dann noch eine Zeit. Ist blöd. A plus? Kein A plus. Natürlich nicht. Warum auch? Je schneller man das Level macht, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man einen A plus kriegt. So, runter. Hoch. Och, leck mich. Geh ich halt. So, A plus. Weiter geht's. Ruah. Na toll. Äh. Super. Oh, super. Springt man nicht. No. Warum sollte man auch springen, ne? Boah, okay. Ja, das war A plus. Das muss A plus gewesen sein, weil es gibt keine Möglichkeit, das schneller zu schaffen, von daher. Oh. Interessant. Da gibt's ne Warp Zone unten drin. Ich hab keine Ahnung, wie man da dran kommt. Denn dieser Schlüssel macht ja dies wirklich nichts. Das ist übel. Boah, seid nicht synchron, das ist gut. Oh, da kommt ein Schlüssel runter, Heilige. Okay, das mach ich nochmal. Das ist übelst schwer. Kann man jetzt nix sagen. Also. Man muss das schaffen und jetzt kommt da ein Schlüssel runter. Und dann kommt man in die Warp Zone. Oh, cool. Genau. Entscheidet euch einfach mal. Genau. Entscheidet euch. Hallo. So. Jetzt kommt da. Nein. Töte mich. Schlüssel. Ja. Nein. Ey, das ist doch dumm. Ja, spring net. Genau. Gute Idee. Ja. Und die entscheiden sich mal wieder früher zu kommen als sonst. Jetzt nicht. Wenn ich sterben will, sterbe ich nicht. Wenn ich nicht sterben will, sterbe ich. Super Voraussetzung. Für ein tolles Zusammenleben. Ja. Cool. Jetzt nicht. Nochmal. Oh, cool. Zu schnell. Da war ich zu schnell. Ist ja auch logisch, ne? Man soll ja nicht zu schnell sein. Man muss zu langsam sein. Alter. Das geht mir auf den Sack. Das ist dumm irgendwie. Oh, ja. Fehlt die Plattform, Meat Boy. Oh, ne. Nicht schon wieder dieser Scheiß-Lag, ey. Der nervt. Wie das nervt, ey. Das ist unglaublich. Oh, ja. Jetzt entscheidet ihr euch wieder früher zu kommen als sonst. Lieb euch. In ganzem Herzen. Och, Mann. Das Level ist öde. Das ist dumm. Wahrscheinlich ist das dann auch so eine Scheiß-Warpzone, die irgendwie weggeht. Und dann hat man nur drei Versuche. Ich mag so Warpzone es nicht. Jetzt nicht. Och, das Level ist dumm. Ich hasse Timing-Sachen. Ey. Ich hätte es jetzt schon mindestens zehnmal gehabt, wenn der Schlüssel entweder ein bisschen kürzer wäre. Da, danke. Danke. Ein bisschen früher kommen würde oder später. So, was ist das denn? Och, nö. Ja, es wäre wirklich wieder so ein Drei-Leben-Scheiß. Super Meatball Castlevania auf dem Gameball. Interessant. Okay, das ist jetzt nicht sehr schwer. Cool. Finde ich gut. Next Level. What? Ey, komm. Das ist doch einfach. Was ist das denn für ein Scheiß? Voll einfach. Warte mal hier. Oh, ne. Me does not like. Nein! Oh, das ist so schwer. Oh, gut. Okay. Es war einfach. Och, nö. Ist ja blöd. Was hat mir das jetzt gebracht? Ach, egal. So. Hier mache ich die Dark Zone übrigens noch nicht. Das ist dann doch ein bisschen zu übel. Nein! Okay, da kann man nicht durchziehen. Muss ich nochmal... Boxenstopp einlegen. Jetzt kann ich bis da durchziehen und dann sterben. Gut. Da hinten ist eine Bandage. Gut. Die hole ich mir gleich. Was? Das hat mich getroffen. Oh, die Luft ist so toll. I like it. Not. Not really. Oh Mann ey. Die Steuerung ist am Arsch. Also das wirkliche Problem an diesem Spiel ist die Steuerung. Also die Steuerung ist wirklich sehr schwer zu handhaben. Weil er springt halt auch meistens nicht. Wie gerade zum Beispiel. Halt ich mal wieder nicht entschlossen zu springen. Wodurch dann das Timing mäßig wieder nicht geklappt hat. Da. Schon wieder. Nicht gesprungen. Schön. Aber ich schaffe es noch. So. Und jetzt hole ich mir den Schlüssel. So. So. Jetzt kann ich langsamer machen. Keine Hektik. Ja doch Hektik. Sonst schaffe ich es nämlich gar nicht. Weil die Steuerung so scheißen schwer zu handhaben. Das ist unglaublich. Also man. Aber hack es nicht zu meiner. Nee. Er ist wieder nicht gesprungen gerade. Wodurch ich jetzt wieder warten darf. Stunden lang. So. So. Auf den Block muss ich. Ach du Scheiße. Nein. Du sollst doch nicht in ihn. Oh. Meine Fresse. Ist ja dumm. Teleportier dich doch wieder weg. Wenn das gehört. So wie du es schon oft getan hast. Ja. Das ist geil. Die Steuerung ist so herrlich. Nicht. Wenn man da nämlich oben links springt. Dann kann man nicht nach rechts. Also ich will nicht nach rechts springen. Weil sonst ist zu. Zu hoch. Zu weit der Sprung. Aber ich muss. So. Geh da weg ey. Geh da weg ey. Ich bring dich um. Was auch immer ihr für Dinger seid. Ich bring euch um. Alle. Wenn das mal klar ist. Danach muss ich nochmal. Zum Anfang wieder. Das ist ja herrlich. So. Okay. Ist mir das zu risky. Naja. Boah. Das war knapp. Okay. Jetzt hier nicht verkacken. Sonst bringe ich mich selbst um. Ja. Gut. Ich hab sogar noch A plus geschafft. Fail. Das ist doch. Hä? 10 Sekunden. Das waren doch keine 10 Sekunden. Was ist das denn? Moment. Ach so. Ne. Weil ich das A plus schon hatte. Deswegen hat er es mir jetzt einfach nochmal angezeigt. Okay. Nein. Och. Sehr dumm. Ich mag das Level irgendwie nicht. Hä? Sinn? Okay. Ich verstehe den Sinn in dem Level nicht. Wie soll das gehen? Oh. So. Ich war zwar in dem Wasser drin. Aber hey. Ist ja egal. Nicht so wichtig. Äh. Das ist jetzt schlecht. Ja. Das ist jetzt ziemlich schlecht. Kumpane. Okay. Das machen wir nochmal. Oh ne. Leck. Oh. Das gibt's noch nicht. Ja. Danke. Leck. Ich liebe dich. Oh. Meine Fresse. Ich hätte jetzt wieder Bock. Irgendeinen Hack zu benutzen. Weil wegen Leck zu sterben. Ist einfach das dümmste. Was es gibt. Ganz im Ernst. Jetzt. Leck ist so eine verfickte Sau. Ne. Das geht auch nicht. Toll. Da hab ich's einmal geschafft. Und dann kommt dieser verfickte Leck wieder. Ey. Ich könnte kotzen. Ich könnte so kotzen. Ja. Okay. Ja. Okay. Jetzt noch das schaffen. Ja. Okay. Zeig mir nicht an. Ob ich A plus hab oder nicht. Und zeig mir auch keine Replays an. Das ist eine gute Idee. Genau. Mach das einfach. Warum sollte man's auch anzeigen. Da oben ist ne Warp Zone. Die will ich haben. Mal sehen. Was tun wir denn hier? Super. 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 Ghosts. Ist das. Ach du heilige. Da kommen böse Leute. Rein. Oh. Ich hab ja begrenzt erlebt. Stimmt. Oh. What. Seht ihr auch das Pflaster? Ich seh's. Ist ja schön. Na toll. Ich warte. Ich warte. Geht kein Risiko. Oh ne. Jetzt hab ich verkackt. Weil da dieser Typ ist. Na toll. Also entweder mach ich jetzt super lahm. Oder ich spring's. What. Ne. Das ist unschaffbar. Geht alle rein. Alle rein hier. Los. Will euch nicht mehr sehen. Macht doch mal hin. Da hinten kommt wieder einer. Ist nicht gut. Oh. Da ist auch die Prinzessin. Ist ja super. Das war ja jetzt voll die. Das war ja voll der Umweg. Toll. Okay. Noch kann ich's schaffen. Noch ist nix verloren. Oh. Das Level ist ja umständlich. Ja. Ich mach's mir wahrscheinlich auch ein bisschen umständlich. Aber trotzdem. Das heiz. Das heiz. Bis zum nächsten Mal.